Mein Name ist John-David Schnackenberg, Produktmanager E-Mobility. Wir bei MAN denken bei E-Mobility ganz besonders an ganzheitliche Lösungsansätze. Das heißt, der Fahrer wird entlastet, das Fahrzeug wird auf die Anforderungen der urbanen Logistik angepasst. Fahrerkomfort, Fahrersicherheit und die urbane Lebensqualität sind hierbei komplett im Fokus. Für den urbanen Verteilerverkehr haben wir ein einzigartiges Fahrzeug entwickelt, der City. Der MAN City setzt Maßstäbe zum Thema Sicherheit, Fahrkomfort und emissionsfreie Mobilität. Der niedrige Einstieg ermöglicht ein aufrechtes Ein- und Aussteigen auf der Beifahrerseite, die tiefgezogenen Fensterscheiben, ein Spiegelersatzsystem bietet einen direkten Blickkontakt zu seinem Umfeld. Das heißt, die Sicherheit steht hier maximal im Fokus. Für den Stadtbusbereich haben wir unseren neuen Line City E. Ohne den Motorturm haben wir ganze vier Sitzplätze mehr und haben somit ein hocheffizientes Fahrzeug für den urbanen Stadtverkehr. Wir sind stolz, hier in Hannover unseren eTGM präsentieren zu dürfen. Neun dieser Fahrzeuge wurden vergangene Woche in den Praxiseinsatz übergeben. Der MAN eTGE ist unser erstes MAN-E-Serienfahrzeug. Er ist vollelektrisch und hocheffizient und kann hier und heute gekauft werden. Pieporische Musik Eimann